Der Belgier Wout van Aert hat die zehnte Etappe der diesjährigen Tour de France gewonnen. Der 24-jährige Radprofi vom Team Jumbo-Wismar setzte sich am Ende in einem Massensprint durch. Die zehnte Etappe der Tour de France erstreckte sich über 217 Kilometer zwischen den Städten Saint-Fleur und Albi. Das gelbe Trikot trägt weiterhin der Franzose Julien Alaphilippe. Deutschland wartet dagegen immer noch auf seinen ersten Etappensieg. Das gab es zuletzt vor neun Jahren. Bester Deutscher war beim zehnten Streckenabschnitt Emanuel Buchmann. Der Ravensburger fuhr am Ende als 22. ins Ziel. Damit liegt Buchmann in der Gesamtwertung auf dem fünften Platz, eine Minute 45 hinter dem Erstplatzierten. Bester Deutscher Bester Phillip Bell Bibel Untertitelung des ZDF, 2020